Hallo Freunde, ich bin's, der NRW über 18 und ich begrüße euch zum 14. Adventsgeländer-Türchen. Heute am 14. Dezember, logischerweise. Ja, das ist heute alles ein bisschen später geworden. Ja, der Grund dafür ist eigentlich ganz simpel. Ich habe heute Sam & Max Season 1 beenden können und die ganzen Teile... Mich juckt die Nase. Ich meine, die ganzen Teile zu bearbeiten dauert etwas, dann hochladen, das dauert auch etwas. YouTube, ihr kennt, es macht nur Probleme. Naja, aber ich habe es jetzt geschafft. Das Let's Play ist so gut wie oben. Und ich mache mich jetzt über meinen Adventskalender her. Zudem war ich dann heute halt auch noch was einkaufen, musste auch noch ein, zwei Sachen erledigen. Und ich denke mal, ihr kennt es auch von euch zu Hause selber, Schneechaos ist heute angesagt. Das heißt, alles dauert etwas länger. Aber ich bin Gott sei Dank heil und gesund wieder zu Hause angekommen. Und ja, wie gesagt, mache mich jetzt hier über meine zwei Süßen her. Und bevor wir das tun, möchte ich zwei ganz besondere User grüßen. Und zwar einmal den Andy Satorama, der auch ein Video über mich gemacht hat. Und, ähm, naja, was soll ich dazu sagen, Freunde? Schaut es euch einfach an. Und, äh, ja, und einmal mein Lieblings-User, naja, einer meiner, äh, Calvin, M1991, ähm, ja. Dich möchte ich einfach nochmal so grüßen. Du bist einfach der Beste. Ja, und dich, Nuffelstein, möchte ich auch grüßen. Und, ähm, ja, ich bin gespannt auf deine selbstgemachten Plätzchen. Ich habe mir eben meine selbstgekauften Schokoplätzchen gegessen. Äh, sie haben auch gut geschmeckt. Äh, ja. Äh, so, lange Rede, kurzer Sinn. Wir machen uns jetzt, ähm, auf unser Adventskalender, ähm, zu plündern. Und zwar, ähm, die 15 ist hier. Da muss die 14 irgendwo hier sein. Kann das sein? 24, das kommt noch. Äh, da unten ist er. Die 14. Und wir haben hier einen Schlitten. Und drin ist... Es sind zwei Mäuse. Hier schaut selbst. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. Ja, und drin war ein Schlitten. Und ich denke mal... Naja. Keine Füllung. Na doch. Nein. Aber Nuffelschein, ich kann dir sagen. Besser als jedes Plätzchen. So. Ähm, aber ich glaube, ähm, hier muss ich nichts erzählen, wo es schließlich denselben Adventskalender, also. Von daher. Gut. Jetzt kommen wir aber zu einem anderen Adventskalender. Einmal den. Ja, gute Schwerkraft. Legen wir ihn hin. So, dann machen wir jetzt das richtige Türchen auf. Und nicht, wie mir das letztes passiert ist, dass ich das falsche Türchen öffne. Ähm, da ist die 14. Mit Bus und Bahn sind sie immer gut zu Fuß. Und... Ja, es ist ein Teddybär mit einem Geschenk. Mmh, lecker, lecker. Mmh. So, Freunde. So, das waren meine zwei Adventskalendertürchen für heute. Ich bearbeite das jetzt schnell und, äh, dann denke ich mal, wird es auch in den nächsten 5-10 Minuten auch für euch verfügbar sein. Und, ähm, ja, ich hoffe, euch gefällt es wie immer. Wir sehen uns morgen wieder zum 15. Adventskalendertürchen. Und, äh, ja, wenn ich überlege, dass es heute nur noch 10 Tage bis Weihnachten sind, ei, 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 ja, dann ist auch das Jahr rum, bald und, naja. Egal. Freunde, ich wünsche euch jetzt noch einen schönen restlichen Dienstagabend. Macht es gut, passt auf euch auf, insbesondere jetzt bei dem Wetter draußen. Und, äh, ich würde mich freuen, wenn wir uns morgen wiedersehen. Also bis dahin, NRW über 18. Adieu.